Wir spielen Kette, wir spielen Kette und die Flyer geben vor. Ah! Das find ich geil. Oh, f*** ich! Rang! Ich hab vergessen was zu machen. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute Kette, das ist im Prinzip das gleiche wie ich packe meinen Koffer. Das heißt, eine Person gibt einen Stunt vor, die andere muss den Stunt nachmachen und einen eigenen ranhängen. Droppt man einen Stunt, dann hat man verloren, egal ob es der eigene oder der von dem anderen ist. Mit dabei sind Flo, Lance, Josie und ich und jetzt lasst gerne schon mal ein Like und ein Abo da und viel Spaß beim Video. Oh, wir spielen Kette und die Flyer geben vor. Ah! Das find ich geil. Doch, wir machen Flyer geben vor. Flyer geben vor, Flyer sind kreativ. Nee, wirklich nicht. Ach, wenn sie jetzt mal kreativ. Ich hoffe, versteht da kein Spaß, habe ich das Gefühl. Das ist richtig so. Okay, ja dann gebe ich halt vor. Ja, dann geben wir halt vor. Okay. Das wäre aber witzig gewesen, wenn die Flyer auf die Dinger wissen. Ja. Lass mal tatsächlich machen. Ich mache das super ekige Zeug, was wir nicht machen wollen, aber wir machen es dann halt. Als ob wir sagen, geil, Torch. Wir haben hier stark gefahren. Cool. Lass mal, füttle around. Toss Torch vorgeben. Ja, reverse QP, geil. Ich gebe eine Toss-Prep-Lib vor. Geil, Mann. Auf rechts. Ja, ihr habt gesagt, wir sollen vorgeben. Dann weiß ihr das sofort von mir? Oh, krank. Ähm, TikTok. Prep zu Prep. Oh nein, du Hund. Also von rechts auf links. Vor allem haben wir noch keine TikTok gemacht heute. Das habe ich übrigens noch nie gemacht. Ja, okay. Das machen wir dann offensichtlich auch. Und wir hängen da dran. Oh, nee. Das wird nicht stehen. Ich habe nur den Daumen drin. Das wird nicht stehen. Nee, ich wollte Low to High in One-Arm-Lib geben. Ja, dann kannst du auch gleich aufgeben, Bro. Ich würde es eigentlich ausprobieren. Die Kette ist eh kacke. Also wirklich, wir geben das vor. Die Kette ist eh kacke. Du hast angefangen. Ne TikTok zur One-Arm-Lib. Ja. Wie viele TikToks, ey. Das wird verkackt. Ich will es nicht machen. Oh nein. Ja, nein. Die war gar nicht so schlecht. Ich war nur zu weit an Spitze. 1-0. Ey, ob man hier unten TikTok ... Wir starten entspannt mit Toss-Kübel. Ich glaube, unten TikTok ist auch der Fachbegriff. Die unten TikTok war gar nicht so schwer, wie ich dachte. Was? Wir sehen das jetzt nicht aus. Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Aber gibt ... also ich bin halt raus jetzt. Ui. Das ist mir witzig gewesen. Geil, Mann. Oh. Rito-Stretch. Ich möchte die nicht verlieren. Wie stehen das? Du musst ... ich bin auf der Seite ... Marvin hat mich angeschrieben ... Das kann doch ruhig ... Und hat gesagt, Josy muss Stretches machen. Muss erst mal hin. Gut. Ja. Komm, mach dich fest. Alter, Josy, du bist ... wirklich ... Ich weiß ja nicht, ob ich das zählen würde, ne? Naja, da kann ich ja nichts für. Der Stunt-Stunt. Ja, aber ihr seid ... Ihr seid eine Gruppe. Ja. Stunten Flo und ich gegen Josy und Luki. Oder ich gegen Luki. Nein, Gruppen. Der Stunt ist oben geblieben. Ja, okay. Ja, okay. Und das war auch geiler Stelle safe. Ich fang dich gut ab. Easy. Kein Problem. Keine One. Kein Verslip gemacht. Flo zieht ja wenigstens den Stretch. Ey, das war ja nicht zu früh. Das kann natürlich so ein. Pum, la, papp. Uah. Wascheladiger. Uah. 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 1-1. Okay, wir machen Half-Up-Extension. Geil. Ja. Mega-Stunt. Wie mir. Jo, dreh bitte ein bisschen früher. Was war das denn? Sorry. Ich dreh, oder? Ich schon. Wie macht man das? Wann macht man das? Du brauchst das jetzt gar nicht mehr machen. Ich hab's doch verkackt. Ja. Du Assi. Ich kippe. Ja. Das war echt knapp, Alter. Das war echt knapp. Ich hatte auch echt Angst. Ich dachte auch kurz in Kriech, aber der war dann so hier. Ja. Wir geben vor. Vollab-Blog. Vollab-Blog. Vollab-Blog dann? Ach ja. Müssen wir dann was ansonsten. Soweit sind wir schon lange nicht mehr gekommen. Tick-Tock. Heitoy. Also Lib, Tick-Tock. Rechts auf links. Jojo. Gutes Timing. Ja, der war super. Links, stimmt. Links. Und wir machen dann... Extension rechts one on. Nee, das ist kacke. Ist das cool? Was? Aus der Lip. In die Extension. Dip. Ja, mach mal. Über oben, meinst du? Über oben, ja. Ja, mach mal. Hab ich noch nie gemacht. Ja, ich glaub das ist witzig. Nein, wir bleiben oben. Also wir gehen quasi aus der Links-Lip, gehen wir in die Extension und... Wie man möchte. Also ich würde, glaub ich, kurz Pause machen. Einmal umgreifen. Und dann... Okay. Ui, das war knapp. Jo, bitte noch später. Okay, Extension. Jetzt kommt das Schwierigste. Okay. Oh mein Gott, der kann das. Alter. Alter, mein Ohr hat geknackt, als ich den TikTok gefangen hab, weil der so reinkam. Irgendwie habt ihr ihn gefangen und auf einmal mein linkes Ohr so... Stirb. Tick auf rechts. Tick auf links. Tick auf links. Extension one on. Ich glaub das ist schwierig, weil du kommst hier, wenn du nicht ideal stehst, dann... Ja, das kriegen wir hin. Also Tom kann das. ... Richard. Room reverse, Salut, Neins. Jig von. Sl Kid. Pfff Auf. Hannsou. Tick aufziehen. War ja welch mega fantasy Lipp ist... Weird. Ich hab vergessen, was wir machen. Wir machen Backhands, Follower-Rot. Oh, mein Gott. Wegen Backhands. Ich hab nicht gesagt Power-Press. Mein Gott, ich hab keinen Kopf. Ich hab voll vergessen, was zu sagen, aber ich hab auch gar nicht damit gerechnet, dass ich den stehe. Und beide denken so, rechts vorne am Lipp, TikTok, beide stehen so, äh. Das war richtig easy, das war besser als die normale TikTok. Ja, ey, das war cool. Ja, oder? War eine geile Folge. Ich hatte echt gar keine Kraft mehr danach. Ich wollte, voll dumm auch, was so was schwer ist. Aber warum mach ich dann nicht einfach was entspanntes? Tiktok zurück oder so. Wär zu einfach, Luki. Ich würde eigentlich ganz gern den Half nochmal machen. Extension. Ja, lass das den nochmal machen. Wir hätten den jetzt. Nein, aber das ist doch scheiße. Ich hoffe, dass Lenz dafür einen Punkt kriegt mit einem Stunt, der echt nicht so schwer ist eigentlich. Das ist schön, das hilft immer. Weil, also nicht ein Punkt, sondern ein Buchstab. Also, ne? Ja, ein Minus. Du ein Punkt. Egal. Kompletter Anfall. Wie kann das jetzt? Stark. Okay, papa. Bloß, wo ich mir das nicht immer ringen. Frag mal Fongi die letzten drei Trainings. Toss Torch. Torch, Tiktok. Rückwärts? Aber du bist so scheiße. Oder warum macht es nicht mehr Sinn, dann einen Linksflip zu machen? Das ist im Prinzip... Also... Weil ich dann die rechte Hand nicht gewiesen muss. Mach mal Rechtsflip. Du stehst da besser. Ne, du stehst besser Rechtsflip. Das ist richtig. Ich würde es anders auch machen, aber... Du darfst machen Rechtsflip. Okay. Ich ja. Ja, ja. Da stehst du besser und ich kann dann hier rein. Das geht schon. Aber du weißt, du hast beide Hacken, ne? Egal, du machst das schon. Ja, ja. Ich habe beide Hacken und gehe dann so. Und dann kann ich weiterhin... Ah, ja. Tendenz eher auf Spitze stehen. Also was heißt auf Spitze, aber Tendenz eher vorgelehnt als normalerweise im Standen. Das wäre definitiv. Aber ich muss da ja erstmal anfangen. Ja, ja. Ich meine nur, aber wenn du da stehst, dann kommst du an und du fällst so rückwärts runter. Das ist ja auch dumm. Haben wir jetzt, ja? Ja. Ui. Just... Okay, Rechtsflip, ne? Ja. Ja. Geil. Das ist der Kackstatt. Ja gut, die Lippe war entspannt. Die Lippe war echt entspannt, Luki. Ich hatte es nicht erwartet. Mein Gott, wir gehen daraus Backhands. Ja. Ja, wie soll ich... Was soll ich sonst machen? Ich hoffe, dass wir einen Half-Around danach machen. Irgendwie wieder vorwärts. Ich mache dann... Nein, auf gar keinen Fall. Das droppt direkt. Nein, wir gehen daraus Backhands und hoffen, dass wir nicht droppen. Weil ich wüsste nicht, was wir sonst daraus machen, ohne zu droppen. Ja, ja. Das ist geil. Sehr gut. Oh, das Grip, Alter. Ich habe eine Idee. Wir machen Half-Around. Wir machen Half-Around Hands-to-Hands. Also, von hier. Ja. Aber, ja. Das war richtig rum. Ich habe wieder so einen Ekelstand, Alter. Ja. Oh, ja. Oh! 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 Man ist dem Fuß gar nicht, man ist so... Die Reverse Lip ist einfach, oder? Die ist übel einfach, oder? Ich hätte gedacht, das ist viel schwerer. Man steht da, aber ich stand da so und war so... Gut, das rausgehen wird jetzt aber wieder schwerer. Ja, aber das war ich deswegen, als du das vorgegangen hast, war ich halt auch so... Okay, was mache ich daraus? Weil alles, was du daraus machen kannst, droppt. Am wahrscheinlichsten ist es ein TikTok, glaube ich. Ich hätte wahrscheinlich versucht... Ja, aber das droppt ja auch. Also bei mir zumindest. Okay. Wir finden uns in Hands. Wir finden uns in Hands. Da kann man natürlich einiges draus machen. Eigentlich alles. No Gravity, weil wir den so gut können. Da würde ich doch mal ne Torch machen. Ja. Wenn wir schon nur Scheiße machen. Die Flyers sind immer so... Man könnte so viel Kudos... Torch! Ey, wir haben euch gesagt, sucht's euch aus. Wir versuchen uns gegenseitig mit ekligen Sachen rauszukriegen. Ja, okay. So was gibt ja ein volles Startgefühl. Oh, Alter! Was macht die Brücke? Sie macht Brücke da oben einfach. Oh nein, Alter! Ja, den kannst du gut. Oh, ich muss adjusten. Egal. 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 Ja, das ist höchstwahrscheinlich, weil die sind beide da. Höchstwahrscheinlich, weil die Kunden kommen. Aber ich mach ja so und so. Ja, ja, aber wenn ich ein bisschen zu früh bin, du ein bisschen schwer dran bist. Okay, droppt einfach bitte vorher, das würde mir sehr gut gefallen. Ja, mir auch. Oh. Ähm. Ich würde den rausdrücken jetzt, ja. Adjust. Adjust. Was ist das? Lass mal. Lass mal auf die Matte auch wieder gehen, so ein bisschen. Ja. Okay. Oh. 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 Ja. Ich hab keine Ahnung, wie bist du da hingekommen? Ich hab nicht mal gesehen, dass der raus... Du bist einfach so Back..ängenblock gegangen. Joäaa. Ich bin einfach weiter geslide. Ich weiß nicht wie, ja... Daraus machen wir ...Extension Power Press Off-Round. Genau, deswegen hauen wir die damit raus. Wir schaffen das natürlich bis dahin, weil das ist auch gar nicht anstrengend, das stelle ich gerade fest. Wir gehen daraus extension power press half around. Der ist aus dem Block, aus dem Verkehrtrumi Block. Der Verkehrtrumi. Okay, sehr gut. Kann man jetzt auch noch in meine Hand geben? Okay, damit wir auch alle haben hier. Der ist das Schlimmste. Der ist auch übel, Alter. Den kann ich irgendwie ganz gut. Den kann ich überhaupt nicht. Oh nein, 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 nein. Das war gar nicht so schwer, als ich dachte. Können wir jetzt schönen Abschluss nehmen. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen. Danke. Du warst auch dabei. Tolles Training, Leute. Piep, 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 piep. Wir haben uns alle lieb. Irgendwas mit Leben, Mann. Keine Ahnung. Wir 축elung nach pengen song Schon anderes. Wir haben uns alle liebsten Y сердigen Momיחierd alles durchs See you house. Das warético. Das war richtig.